Meine Tochter ist hier wegen des Zimmers. Wie ist es denn der Name? Nadolny. N-A-D-O-N-A-D-O-N-D-O-N-D. Also ich find's toll. Rufe die Anja. Ja. Erste Messer? Das kann einem schon ganz schön Angst machen müssen. Die letzte, die da drin gewohnt hat, die ist über Nacht verschwunden? Ich habe meine Mutter gefunden, als sie sich umgebracht hat. Sie sind da gerade erst hier eingezogen, richtig? Ich wohne im Zimmer 205. Sag mir doch schon mal, die Neue, die Ärger macht. Was ist mit dir passiert, Annika? Ich habe keinem was getan. Was soll ich denn jetzt machen? Was ist mit dir? 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 Was ist mit dir?